als chicken nuggets das freut mich doch richtig damit hätte ich jetzt überhaupt nicht hier gerechnet der chicken of the what ist ja auch ein vorlingsjahr hätte ich auch drauf kommen können oder also der chicken of the what ist auch wieder da ein absoluter lieblingspilz meiner kinder vegetarische dicken nuggets kann man damit wunderbar machen haben wir genau gestern abend zum armbot gehabt und auch der zustand ist perfekt damals wohl jemand gut mit mir dann werden wir mal an ein stück herausnehmen genau